Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So the bigger the distance, the less liberator you think. Vielen Dank. 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 Thank you. Thank you. Do you prefer showers or baths? I'd like showers? I'd like showers. Thank you. 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 Yeah. Thank you. 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 No? No? Yes. May I? Vielen Dank. 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 Can you choose what I like? Yes, I said, I said, what makes you feel sexually liberative? And then I said, that I can do what I like, that I can choose what I want and what I don't want. And then I said, I think it's a little bit different. I think it's a little bit different. 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 Thank you. It's a little bit different. 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 I have a little bit different here. Do you remember this woman? It's a little bit different. Hello, I am a virgin because I am a 40-year-old girl, and I am in a school where people are too scared to say if they are attracted to the same gender. Und ja, das ist es. Okay. Okay. Let's change the terms. We make questions to the other one. Would you prefer to be a related, sexually related person? I don't have a problem with my sexuality, per se. But the reason why I'm on this side is that I think that all the sexual liberation is more of a social concept that's imposed on us. So I'm kind of, you know, I'm gay and I don't have a problem with being gay and with, let's say, physical side of it. But sometimes I struggle with, like, how to place myself actually within the social context, even within the gay community, for example. But that's one thing. Also, I think that it has also to do with, while on one hand it's like a social concept, on the other hand it's a very animatistic thing for me. And here, for example, I would say that I'm not very much in touch with my, you know, this extremely primitive side, which is there because I didn't, you know, I did get in touch with this side on very few occasions. But I don't have this easiness of getting in touch with this side. That's why I'm, for example, here. Also, I find that, kind of, and yeah, that's the answer. Can I ask you, what do you consider that it's actually a little bit of 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 this? I'm not sure yet. I'm not sure yet. And this is why I have four. But I guess it would involve being comfortable with how you want to sexually express yourself. And some people might conceive it as something that has to do with many partners or relationships with people of the same gender, like being liberated, but I don't know. For example, have to give us some feedback. What did you expect? I didn't know, but I'm not feeling well here. But why are you feeling well? I don't want to share my sexual experience with other people I don't know. Okay. And you have the same problem? It's actually so. So, the one person said that she was expecting something else and it is very weird for her to, she doesn't want, actually, to share her sexual experiences with strangers. And the other woman said it's too strange for her. Oh… Yeah. Do you know? There you go. Do you know what you do? Okay. What about you? Why are you continuing yourself not to agree with sex with you? Well, I think I have to think more about the question. For the reason I could stay at the original Mac side, but I have to think about that. I feel comfortable. So, this is okay. We have to define what we need sexual liberation. What direction we are to look for? Is it just between the genders or is it between men and women? Or just to feel comfortable with your situation? I guess it has a lot to do with what you think about your body. Because unless you can liberate your body and your mind. If that is not achieved, you are never going to feel sexually liberated with another person. So, I think the first thing is to accept yourself, your sexuality, your body. And from that point you could start up. To accept the other. Yeah. If this is the sense, I mean, is that what I meant with your question? Is that you feel comfortable to do this yourself? I mean, I understand this, of course. Or is it another sense? I understood it as a desire above the principle of prohibition or prohibition or something like that. Like, to have a desire overcoming prohibition. This is how I understand sexual liberation. Prohibition. Yeah. Desire after prohibition. What is prohibition? I don't know. In the system of different cultures, different things are prohibited, but mainly the incest is prohibited and this is a huge part of it. And what else? I don't know. Let's say. Bestiality. Bestiality. Yes. Speaking of these things means to be liberated. So you think those things should be okay? This is how I understand it. You can correct me if you have a different... I was just curious. So we assume that the people living, you know, the first, let's say, the first few people on the planet, living in the caves, that were not aware even of the social contracts that they were in. So could we say that they were then sexually liberated because they didn't even have, probably, the concept of sexuality? So in this case, if we strip everything and if it's purely animalistic instinct, so then would that be sexual liberation? My problem is that my subconscious has to admit that somehow, like, it has to take this position. And I understand it as a logical argument, but still I don't think it works like that. What do you mean? That your subconscious has to assume this as truth. And you leave... What the animalistic side or the social concept? No, no, this argument. You know, if you take drugs, for example, many times probably... I don't know what are your experiences, but for example, if you take some drugs, then you might feel... You might have some sexual experiences while you're not analyzing them. And you interact sexually with someone without kind of... You have a consciousness, but this consciousness, we might call it totally metaphorical and abstract. You might feel probably that it's very animalistic as well. Does consent have to do anything with what we're discussing? Does consent have to do with what we're discussing? Because, for example, I guess that the first people that you're talking about would be totally free to maybe express their desires. But at the same time, there would be nothing to stop them from... In our minds and lives, consent has to do something, you know, has got something to do with it. But yet again, they didn't have a concept of consent, in my opinion. You know, I don't think that animals having sex are really kind of entering any kind of deals, whether it's consent or not. And therefore, you know, it's difficult... I mean, I don't know, I'm not sure of biology right now, but I'm sure that there's a ray in the... You know, animals, in a way, isn't very serious, right? That's a great, you know, like... Maybe sexual liberation has more to do about shame. And the shame we attribute to sex, or to our bodies. It can make you feel less sexually liberated. So then, you know, this whole idea of shame is, you know, reinvented. Yes. So it's like getting at all the problems. So what it is to feel good about yourself? What it is to feel good about yourself? Because you are ashamed. And to feel good about your body and not to feel ashamed about your body. Well, for me personally, it's the first place I found change, like, into my body or my sexual orientation, quite a bit. Which is, like, the first step for me to get to, like, the bigger world, like, through self liberation, I think you could get to sexual liberation on a larger scale, like in society scale. Because, like, it wouldn't be quite different if everybody just, like, gnawed with a shame, you know, like you said. Because I think it has a lot to do with shame. So if you could stop that, I think, like, things would be easier for me. For more people. So, but, as you said, the time right to be rather than society is kind of struggle. So, it's kind of a struggle. Hmm. 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 Why does this, like, seem so hard to discuss? Because I think, okay, maybe there's also a language barrier, but, as I can see, it's like five or six people talking, and the rest remains a bit silent. And so I guess it's a bit, it feels a bit difficult to touch this subject, as this woman said also, that she doesn't want to share her experience with the people she doesn't know. Because people judging. Mm-hmm. Mm-hmm. Because the conditions aren't very good for us. Yeah. Well, it's so formal. Yeah. 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 It's so formal. It's a very, 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 and equal experience. I'm going to fix that. And I'm going to show a little bit. Die Akustik ist auch schwer für Diskussion oder für Conversation, weil Sie nicht hören können, was jeder sagt. Es ist nicht wirklich klar. Wir haben nicht wirklich definiert die Terme, also was es bedeutet. Wir sind nicht wirklich able, zu haben eine Diskussion. Ich denke, es muss auch mit der Bildung sein. Denn seit ein junger Jahren, wir lernen, dass Sex und Sexualität nicht nur ein Blut und wir sollten nicht darüber sprechen, also haben wir etwas zu tun. Aber das ist ein immer mehr Intimidator für jemanden zu sprechen. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich denke, das ist die Idee. Das ist ein Dissonant. Ich denke, es ist nicht so ein Dissonant. Warum sagen sie es ist ein Dissonant? Weil es ist ein Dissonant. Es ist ein Dissonant. Wir formen ein Dissonant. Wenn jemand mit dem Telefon geht, es ist ein Dissonant. Das ist ein Dissonant. Das ist ein Dissonant. Das ist ein Dissonant. Wir versuchen, zu erstellen. Wir sind in einer Interview-Runde. Wir sind in einer Interview-Runde. Wir sind in einer Interview-Runde. Wir sind in einer Situation oder in einer Situation? Ich denke, es ist... Ich denke, das Settinett, dass wir in diesem Raum, dass wir hier nicht mehr hören können, dass es eine sehr, 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 sehr viel Zeit ist. Wird die Karpe change? Wird die Karpe change? Wenn wir die Karpe change, dann? Wenn die Karpe change? Ich denke, es wird sich nicht ändern. Wenn wir uns stehen, dann wird es nicht ändern. Oder wir waren einfach wo wir wollten. Ich bin gut. Ja. Aber du hast bereits die Bedeutung. Ich bin nicht in der Mitte. 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 Ich bin sehr intensiv. Wir haben viele verschiedene Interpretationen. Warum Menschen etwas nicht Sieg ist. Und warum Sie nicht so soziales in diesem Raum. Und heute kam es die Kamera, die das, in einem hostile environment, vielleicht. Aber andere Zeiten, dass das nicht passiert, dass die Kamera nicht auf die Sensorstehung ist. Es ist, dass drei, vier, fünf Leute sprechen und dann weniger die Sensorstehung. Oder dass jemand sehr sensuell und seine Meinung ist. Wir haben normalerweise. Wir haben hier, aber nicht etwas individuelles. Ich denke, dass dieses Problem, die Kommunikation in vielen Möglichkeiten ist, immer da. Für mich war es ziemlich okay, was er gesagt. Aber ich war sehr ehrlich. Die Leute haben ihre Geschichten. Sie haben eine Geschichte. Sie haben eine Geschichte. Sie haben eine Geschichte. Nein, das ist niemals passiert. Das war meine Idee, aber zu sehen, wie es funktioniert. Was ist die Geschichte? Ich habe die Geschichte. Als wir nicht, ob es so können, wie es ist. Sollten wir es doch irgendwann nicht möglich. Wie ist es, wie es funktioniert. Ich bin es so schnell. Das wäre mir nicht, wenn, als wir keine Leute nehmen. Das wäre mir nicht intelligent. Fortschritt. Das ist auch nicht wichtig. Also, es ist nicht wichtig. Wir hatten die Möglichkeit. Das ist nicht wichtig. Ja, das war's. Ist es eine andere Person? Nein. Das war's. Ich würde sagen, es war, dass die Setup nicht sehr sehr gut. Ich denke, es war's. Es war's. Es war's. Es war's. Es war's. Ich weiß, dass ich meine besten zu sprechen. Ich spreche über die Sexualität. Ich kann es jetzt nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nur noch warten, die Menschen mit der Sache. Für mich ist das nichts zu tun, wie die Spare, die Kamera, die Menschen, die sie zu tun, oder etwas anderes. Es war's. Es ist nicht mehr, zu der Kamera oder zu der Spare. Aber was ist das? Ich weiß nicht. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Es gibt viele Menschen, die die Konzerne und sagen, ich wollte das machen, ich wollte das machen, ich wollte das machen, ich wollte das sagen, ich wollte das sagen, ich wollte das sagen, ich wollte das machen. Und ja, ich glaube, das ist die Kamera. Weil, einige Tage, die Kamera ist nicht sogar bezeichnet. die Kamera ist nicht hier. Die Kamera ist nicht So... Vielleicht ist es nicht ein interessanter subject matter für einige Menschen. Ich denke, es ist sehr interessant. Aber nicht zu sexuellen. Aber es ist das nicht zu sexuellen. Was? Über die Zeit. Natürlich. Es ist alles. Es ist irgendwie ein bisschen group-feeling. Du fühlst mehr offen. Du fühlst mehr offen. dass du sprach über bestimmte Dinge. Und wenn du nicht das group-feeling hast, dann vielleicht die Leute nicht öffnen. Würde das nicht beherber nicht? Würde das nicht beherber? Das ist eine Struktur die beherber mit einem anderen oder so? Für mich es wäre weird zu spielen in eine Performance in einem Setup für die Leute machen. Ja, ich sage nicht, dass es so passiert. aber es ist etwas passiert. Und es ist wirklich schwierig zu kontrollieren. Wie, 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 eine Gruppe. Es gibt bestimmte Techniken, wie, 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 das ist. mit Menschen zu haben, wie, 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 das ist. und wie, 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 die Leute sind über die science. weil sie expecting etwas größer als es. Das ist auch , wie, wie, sie über die Liebe, weil sie sind einfach zu haben. Aber wenn Sie nicht so ashamed und wenn Sie sagen, okay, ich bin nur attraktiv zu dieser Person. Und vielleicht sie, 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 hat das und vielleicht ist auch es was so so ich das auch sie war und zu analysieren. Aber das ist eine Art. Aber das ist eine Art. Wir müssen das machen. Wir müssen diese Sexualität über das Ideen, dass wir über Sex haben. Wir müssen es über das. Warum? Nein, ich glaube nicht. Wie meine Überlegte ist, ist es, die Leute sind nicht Gefahr, über ihre Wünsche, weil sie denken, dass etwas anderes ist, wie geheim. Aber ich glaube nicht, dass etwas anderes ist. Das ist das, was ich sehr gut ist. Wollt ihr sagen etwas? Ja, ich wollte etwas sagen. Manchmal du möchtest, man sagt, man mag mit dem Essen. Man sagt, man sagt, sex ist wie Essen. Ja, man mag mit dem Essen. Man muss sich über Essen sprechen, man muss sich über die Essen auf die Zeit sprechen. Manchmal, man will einfach nur essen. Ja. Aber wenn jemand dich fragt, was du hast? Was hast du gestern? Ich verstehe, ich verstehe, aber ich persönlich, bin ich in diesem Raum in meiner Leben, dass ich darüber gesprochen habe. Ich denke, sie sagt, wir sollten es verstehen, als ein Symbol. Aber es ist nicht jetzt. Aber es ist nicht so, als ein Symbol, als ein Symbol, als ein Symbol. Natürlich ist es nicht. Aber es sollte sein. Es sollte sein. Ich denke, es gibt nur die Auswirkungen. Es ist nicht nur die Auswirkungen. Es ist nicht so, dass es so viele andere Menschen gibt, wie viele Dinge, viele Dinge gibt. Es gibt viele Dinge, viele Dinge. Es gibt viele Dinge. Es gibt auch die Psychologischen Probleme. Aber es gibt auch die Auswirkungen. Aber ich glaube, es ist auch eine soziale Sache, so es ist komplett anders zu wählen. Ich verstehe nicht, wo es ist. Nein, weil es in einer Weise ist, okay, wir brauchen Sex in order to survive, wir brauchen Essen. Aber natürlich, man sollte es vielleicht sogar noch nicht vergleichen, aber es könnte ein paar Similaritäten zwischen, sagen wir sagen, Leidenschaft von Essen und Sex. Und zu einer bestimmten Art, du brauchst beide. Natürlich brauchst du Essen mehr als Sex. Aber auf der anderen Seite, du gehst in order zu survive, und dann, also, du gehst Sex in order to procreate, in order to pass, you know, dass ein Teil von dir, du, du, wirst du leben. So, es ist eine Form von Survival, auch. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe mit deinem Chat.